Kannst du Knödel kochen, hier frag ich mich seit Wochen, so viel als die Mutter hat gekocht mit Wutte. Hallo zusammen. Vor gut einer Woche fand das Festival Woodstock der Blasmusik statt, in Österreich, genauer in Oberösterreich, in der Gemeinde Ort. Und bei diesem Festival ist alles vertreten, was in der Blasmusik-Szene Rang und Namen hat. Alles Spitzenmusiker, Vollprofis. Ich denke an Ernst Tutte und seine Egerländer Musikanten, an die Kaisermusikanten. Mir persönlich gefällt diese traditionelle Blasmusik sehr, sehr gut. Und ich habe mir viele Videos vom diesjährigen Festival angesehen. Und dann kommt immer der Wunsch, so etwas auf dem kleinen Keyboard nachzuspielen. Und ich hoffe, die Blasmusik-Freunde sehen es nicht als frevel an, dass ich auf einem kleinen Keyboard Blasmusik machen möchte. Aber ich habe halt jetzt hier in meinem Musikzimmer keine komplette Blaskapelle zur Verfügung. Einen Titel hat es mir besonders angetan, interpretiert von Ernst Tutte und seinen original Egerländer Musikanten Kannst du Knödel kochen? Und jetzt ahnen die Kenner das schon, der Refrain wird gesungen. Der Alois wird sich doch wohl nicht trauen, den Refrain zu singen. Ich versuche es einmal und bitte einfach bei allen Freunden der Blasmusik um ganz, ganz große Nachsicht. Ich versuche es einmal und bitte einfach bei allen Freunden. Ich versuche es einmal und bitte einfach bei allen Freunden. Ich versuche es einmal und bitte einfach bei allen Freunden. So wie einst die Mutter, abgekocht mit Butter. Schmö, lecker, zart und fein und bitte nicht zu klein. Dann sollst du fürs Leben meine Knödelköschen sein. Kannst du Knödelkochen? So wie einst die Mutter, abgekochen? So wie einst die Mutter, abgekocht mit Butter. Schmö, lecker, abgekocht mit Butter. So wie einst die Mutter, abgekocht mit Butter. So wie einst die Mutter, abgekocht mit Butter. So wie einst die Mutter, abgekommen abgeрамmt und Montữa.